Das kleine blaue Buch. Conny Mendes. Warnung. Jedes metaphysische Buch sollte viele Male gelesen werden. Jedes Mal, wenn man es erneut liest, versteht man es besser. Aber nur das, was praktiziert wird, bleibt bei uns, denn das, was nur gelesen, aber nicht angewendet wird, ist weg. Einleitung. Das vorliegende kleine Buch ist in dem geschrieben, was der Autor Pfennigwörter nennt. Das heißt, in den einfachsten Begriffen, mit der Absicht, es all jenen verständlich zu machen, die die Wahrheit Gottes kennen müssen und nicht über das Wissen verfügen, mit dem sie die Texte der Psychologie und Metaphysik verdauen können, so wie sie in Englisch geschrieben sind. Jedes Mal, wenn wir etwas Neues, uns Unbekanntes hören oder lesen, erweckt es schlafende Zellen in unserem Gehirn. Wenn wir ein zweites Mal über diese neue Idee stolpern, verstehen wir sie ein wenig besser. Die Zellen beginnen an der Idee zu arbeiten und bald darauf wird sie in unserem Geist hell. Die Haar, wir akzeptieren die Idee, übernehmen sie und setzen sie automatisch in die Praxis um. Auf diese Weise erwachen wir, lernen, entwickeln uns und kommen voran. Es ist nicht notwendig, übermenschliche Anstrengungen zu unternehmen, um Dinge in unseren Kopf zu bekommen. Es ist ein natürlicher Prozess, aber wir müssen bereit sein, zu lesen, zu lesen und nochmals zu lesen, bis wir das Gefühl haben, dass das, was wir gelernt haben, automatisch ist. Das ist alles. Tragen Sie ein Exemplar dieser Broschüre in Ihrem Portemonnaie oder Ihrer Tasche mit sich. Legen Sie ein weiteres Exemplar auf Ihren Nachttisch. Lesen Sie es oft, vor allem wenn Sie ein Problem haben, wenn Sie mit einer beunruhigenden oder beunruhigenden Situation konfrontiert sind, was auch immer es sein mag. Es wird Ihnen etwas Erstaunliches passieren, nämlich, dass das Büchlein auf der Seite aufschlägt, die Sie zu Rate ziehen müssen, und Sie werden denken, es scheint, dass dies für mich geschrieben wurde. Jesus Christus sagte, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Die Metaphysik ist eines dieser Häuser, da teils das Studium der geistig-seelischen Gesetze. Sie hat nichts mit dem Spiritismus zu tun, obwohl auch dieser ein Haus im Vaterhaus ist. Möge dieses kleine Werk Ihnen all den Frieden und das Wohlergehen bringen, das es so vielen anderen gebracht hat. Segen für Sie! Kapitel 1 Dynamisches Christentum Bevor er einen Beruf ergreift, erhält der Kandidat, der ihn ausüben soll, eine Unterweisung oder studiert die Technik des Berufes. Es gibt jedoch Menschen, die ihre Aufgabe völlig blind angehen, ohne Anleitung, ohne Technik, ohne Kompass, ohne Richtschnur, ohne Vorstellung von dem, was sie vorfinden werden. Es ist der Mensch, der sich an die Aufgabe macht, zu leben, ohne überhaupt zu wissen, was das Leben ist, ohne zu wissen, warum manche Leben in Überfluss und Zufriedenheit verbracht werden, während andere in Elend und Leid enden. Manche beginnen mit allen Vorteilen, die sich die Zuneigung ausdenken kann, und werden doch von einer Abkürzung des Unglücks verfolgt. Und der Mensch kämpft mit Vermutungen, die alle falsch sind, und der Tag seines Todes kommt, ohne dass er die Wahrheit von all dem auch nur erahnt hätte. Lerne die große Wahrheit. Was du denkst, wird verwirklicht. Gedanken sind Dinge. Es ist deine Einstellung, die alles bestimmt, was mit dir geschieht. Deine eigene Vorstellung ist das, was du siehst, nicht nur in deinem Körper und deinem Charakter, sondern auch im Äußeren, in deinen Lebensbedingungen. Im Materiellen, ja, genau so, wie du es hörst. Gedanken sind Dinge. Jetzt siehst du es. Wenn sie sich angewöhnt haben, zu denken, dass sie eine gesunde Konstitution haben, werden sie immer gesund sein, was auch immer sie tun. Aber wenn du deine Denkweise änderst, lässt du dich von der Angst vor Krankheiten einnehmen, und du wirst krank. Du verlierst deine Gesundheit. Wenn sie in Reichtum hineingeboren werden, werden sie vielleicht immer reich sein. Es sei denn, jemand überzeugt sie davon, dass es so etwas wie Schicksal gibt, und sie fangen an zu glauben, dass ihres sich ändern kann, je nach Stößen und Rückschlägen, weil sie es glauben. Ihr Leben, das, was ihnen widerfährt, gehorcht ihren Überzeugungen und dem, was sie in Worten ausdrücken. Es ist ein Gesetz, ein Prinzip. Wissen Sie, was ein Prinzip ist? Es ist ein unveränderliches Gesetz, das niemals versagt. Dieses Gesetz heißt das Prinzip des Mentalismus. Wenn in ihrem Geist die Vorstellung verwurzelt ist, dass Unfälle auf Schritt und Tritt auf uns lauern, wenn sie glauben, dass die Gebrechen des Alters unvermeidlich sind, wenn sie von ihrem Pech oder Glück überzeugt sind, was auch immer sie normalerweise erwarten, im Guten wie im Schlechten, das ist der Zustand, den sie in ihrem Leben und in allem, was sie tun, manifestiert sehen werden. Das ist der Grund für das, was euch widerfährt. Sie sind sich der Ideen, die ihren Geist füllen, nie bewusst. Sie werden nach dem geformt, was uns gelehrt wird oder was wir von anderen hören. Wie die meisten von uns wissen wir nichts von den Gesetzen, die das Leben bestimmen. Gesetze, die man der Schöpfung nennt. Die meisten von uns verbringen ihr Leben damit, sich gegenteilige Bedingungen zu schaffen. Wir sehen zu, wie sich das, was so gut zu sein versprach, in etwas Schlechtes verwandelt. Wir tappen wie blind umher, ohne Kompass, Ruder oder Richtschnur. Wir geben dem Leben selbst die Schuld an unserem Unglück und lernen durch Schläge und Stöße oder führen sie auf Gottes Willen zurück. Gottes Wille. Mit dem, was sie bisher gelesen haben, werden sie erkannt haben, dass der Mensch nicht das ist, was man uns Glauben gemacht hat. Das heißt, ein Korken mitten im Sturm, der von den Wellen hin und her geworfen wird. Sein Leben, seine Welt, seine Umstände, alles, was er ist und alles, was ihm widerfährt, sind seine Schöpfungen und die von niemandem sonst. Er ist der König seines Reiches. Er ist der König seines Reiches. Und wenn er der Meinung ist, dass er nur ein Korken inmitten eines Sturms ist, dann soll es so sein. Er hat es geglaubt und es zugelassen. Mit einem freien Willen geboren zu werden, bedeutet, mit dem individuellen Recht geschaffen worden zu sein, zu wählen. Was wählen? Negativ oder positiv zu denken? Pessimistisch oder optimistisch zu sein? Hässlich und schlecht zu denken, was Hässliches und Schlechtes hervorbringt oder gut und schön zu denken, was Gutes und Schönes hervorbringt. Äußerlich oder innerlich? Die Metaphysik hat schon immer gelehrt, dass das, was wir denken, oft ins Unterbewusstsein übergeht und sich dort niederlässt und als Spiegelbild wirkt. Die moderne Psychologie hat dies endlich entdeckt. Wenn der Mensch von den Auswirkungen seiner Unwissenheit eingeholt wird, da taut, wenn er selbst ein Unglück verursacht hat, wendet er sich an Gott und bittet ihn, ihn vom Leid zu befreien. Der Mensch stellt fest, dass Gott sich manchmal um ihn kümmert und manchmal auf unerklärliche Weise nicht um ihn kümmert. In letzterem Fall trösten ihn seine Verwandten, indem sie ihm sagen, dass wir uns dem Willen Gottes fügen müssen. Mit anderen Worten, jeder geht davon aus, dass der Wille des Schöpfers böse ist. Aber gleichzeitig lehrt die Religion, dass Gott unser Vater ist. Ein Vater voller Liebe, Güte und Barmherzigkeit. Sehen Sie, dass diese beiden Theorien nicht übereinstimmen? Erscheint es Ihnen vernünftig, dass ein allliebender, unendlich weiser Vater seinen Kindern gegenüber Böses empfinden und ausdrücken könnte? Wir, sterbliche Väter und Mütter, könnten niemals einem Kind die Verbrechen zuschreiben, die wir Gott zuschreiben. Wir wären nicht in der Lage, ein Geschöpf unseres Blutes wegen eines natürlichen Fehlers, seines sterblichen Zustandes zum ewigen Feuer zu verurteilen. Und halten wir Gott für fähig dazu? Das heißt, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, schreiben wir Gott die Natur eines launischen und rachsüchtigen Magnaten zu, der voller Böswilligkeit ist und von unserem geringsten Vergehen abhängt, um uns unverhältnismäßige Strafen aufzuerlegen. Es ist natürlich so zu denken, wenn wir geboren werden, wir leben in Unkenntnis der grundlegenden Regeln und Gesetze des Lebens. Wir haben bereits den Grund für unser Unglück genannt. Wir erzeugen sie mit unseren Gedanken. So sind wir geschaffen. Nach dem Bild und Gleichnis des Schöpfers. Wir sind Schöpfer. Schöpfer. Jeder von uns. Unsere eigenen Manifestation. Warum scheint es nun, dass Gott manchmal anwesend ist und manchmal nicht? Sie werden sehen. Das Gebet ist der reinste und höchste Gedanke, der gedacht werden kann. Es ist eine Polarisierung des Geistes im höchsten positiven Grad. Es sind Lichtschwingungen, die wir ausstoßen, wenn wir beten. Das heißt, wenn wir an Gott denken. Diese Schwingungen sollten sofort alle umgebenden dunklen Zustände in vollkommene und schöne verwandeln, wie wenn man eine Lampe in einen Raum bringt, der im Dunkeln liegt. Vorausgesetzt, der Betende denkt und glaubt, dass der Gott, zu dem er betet, ein liebender Vater ist, der seinem Kind alles Gute geben möchte. In diesem Fall ist Gott immer anwesend. Aber wie im Allgemeinen hat der Mensch die Angewohnheit, so zu bitten, oh Papa Gott, hol mich aus dieser misslichen Lage heraus. Ich weiß, dass du denken wirst, dass es nicht gut für mich ist, weil du mir diese Prüfung auferlegen willst. Mit anderen Worten, er hat bereits jede Möglichkeit, sie zu erhalten, verneint. Er hat mehr Vertrauen in den Gott, der uns gelehrt hat, der launisch, rachsüchtig und böswillig ist, der nur darauf wartet, dass wir das erste Vergehen begehen, um uns Strafen von satanischer Grausamkeit aufzuerlegen. Denn wer darum bittet, erhält nur das, was seinem eigenen Gottesbild entspricht. Es ist so einfach, wie ich es euch sage. Vergesst nie wieder, dass Gottes Wille für euch das Gute ist, die Gesundheit, der Frieden, das Glück, das Wohlergehen, all das Gute, das er geschaffen hat. Vergessen sie nie wieder, dass Gott weder der Richter noch der Polizist noch der Henker noch der Tyrann ist, wie man sie glauben gemacht hat. Die Wahrheit ist, dass er sieben Gesetze geschaffen hat. Sieben Prinzipien, die in allem und immer wirken und nicht eine einzige Minute ruhen. Sie sind für die Aufrechterhaltung von Ordnung und Harmonie in der gesamten Schöpfung verantwortlich. Im Geist werden keine Polizisten benötigt. Wer nicht mit dem Gesetz marschiert, bestraft sich selbst. Was du denkst, wird manifestiert, also lerne richtig zu denken und mit dem Gesetz, so dass alles Gute, das Gott für dich will, manifestiert wird. Der heilige Paulus sagt, dass Gott uns näher ist als unsere Füße und Hände und sogar näher als unser Atem. Deshalb müssen wir nicht zu ihm schreien, um gehört zu werden. Es genügt ein wenig an ihn zu denken, damit sich das, was in Unordnung zu sein scheint, wieder zusammenfügt. Er hat uns geschaffen und er kennt uns besser als wir uns selbst. Er weiß, warum wir uns auf diese oder jene Weise verhalten und er erwartet nicht, dass wir uns wie Heilige verhalten, wenn wir gerade erst lernen, in diesem geistlichen Leben zu wandeln. Ich möchte Sie bitten, nichts von dem zu glauben, was ich Ihnen sage, ohne es vorher zu überprüfen. Es ist Ihr göttliches und souveränes Recht. Tun Sie nicht, was Sie bisher getan haben und akzeptieren Sie alles, was Sie hören und sehen, ohne sich selbst die Möglichkeit zu geben, zwischen richtig und falsch zu entscheiden. Kapitel 2 Die Mechanik des Denkens Den ganzen Tag und die ganze Nacht denken wir an unendlich viele verschiedene Dinge. Eine Art ständiger, wenn auch unzusammenhängender Kinofilm läuft ständig in unserem Kopf ab. Zwischen so vielen verschiedenen Ideen halten wir inne, um zu kontemplieren, zu untersuchen oder zu studieren, manche mehr als andere. Und warum? Weil sie unsere Gefühle stimuliert haben. Sie haben in uns ein Gefühl der Angst oder der Abneigung, der Sympathie oder des Mitleids. Ein Gefühl der Sympathie oder der Abneigung hervorgerufen. Das spielt keine Rolle. Tatsache ist, dass uns der Gedanke aufgrund dieses Gefühls interessiert, dass wir ihn später wieder aufgreifen und vielleicht mit jemandem darüber sprechen. Das ist Meditation und das, worüber man meditiert, geht in das Unterbewusstsein und wird dort gespeichert. Sobald ein Gedanke im Unterbewusstsein gespeichert ist, wird er zu einem Reflex. Sie kennen das. Wenn der Arzt sie mit einem Gegenstand in der Nähe ihres Knies berührt, springt ihr Bein. Sie wurden an einer empfindlichen Stelle berührt und haben darauf reagiert, nicht wahr? Genauso reagiert der Reflex jedes Mal, wenn in ihrem Leben etwas passiert, das sich auf eine der Ideen bezieht, die in ihrem Unterbewusstsein eingraviert sind, genauso wie es eingraviert wurde. Sie nehmen eine Haltung ein, die dem ursprünglichen Gefühl entspricht, das sie hatten, als sie zum ersten Mal an diesen Gedanken dachten. Metaphysiker nennen dies ein Konzept, also einen Glauben, eine Überzeugung. Das Unterbewusstsein ist nicht urteilsfähig. Es entscheidet nichts. Es hat keine Meinung oder Gedanken für sich selbst. Es hat keine Macht des Protests. Es hat keinen eigenen Willen. Dies sind nicht seine Funktionen. Seine einzige Funktion ist es, zu reagieren, indem es den Reflex, der ihm gegeben wurde, in Ordnung bringt. In diesem Sinne ist er ein wunderbarer Aktenschrank, ein Sekretär, ein automatischer Bibliothekar, der niemals ruht oder versagt. Er hat auch keinen Sinn für Humor. Es weiß nicht, ob ein Befehl im Scherz oder im Ernst gegeben wurde. Wenn also ihre Nase ein wenig wulstig ist und sie, um andere zum Lachen zu bringen, den Scherz machen sie, meine gestopfte Kartoffelnase, zu nennen. Da das Unterbewusstsein ein exakter Diener ist, hat es keinen Sinn für Humor und kann nur bedingungslos gehorchen. Dann wird es mit allen Mitteln versuchen, den Befehl auszuführen, den sie ihm mit ihren Worten und ihren Gefühlen geben. Und sie werden sehen, wie ihre Nase mehr und mehr einer gefüllten Kartoffel ähnelt. Das Wort Metaphysik, das bedeutet jenseits des Physischen, ist die Wissenschaft, die sich mit all dem beschäftigt, was für die physischen Sinne unsichtbar ist. Sie gibt ihnen den Grund für alles, was wir nicht verstehen, für alles, was geheimnisvoll ist und sie ist genau, wie sie beim Lesen dieser Broschüre sehen werden. Du erinnerst dich an das erste Mal, als du das Wort Kälte gehört hast. Ihr wart noch sehr klein. Eure Ältesten sagten das Wort und lehrten euch, es zu fürchten. Indem sie es wiederholten, lehrten sie dich, es zu verstehen. Sie sagten dir, du sollst dir nicht die Füße nass machen, du sollst nicht im Luftzug stehen, du sollst nicht in die Nähe von jemandem gehen, weil er erkältet ist und sie an ihm kleben würde und so weiter. All dies wurde im Unterbewusstsein gespeichert und wurde zu einem Reflex. Man musste sich nie an die Warnungen der Älteren erinnern. Der Schaden war bereits angerichtet. Von da an hat ihr Unterbewusstsein ihnen jedes Mal eine Erkältung verpasst, das Beste, was es ihnen geben konnte, wenn sie in einem Luftzug standen, jedes Mal, wenn ihre Füße nass wurden, jedes Mal, wenn sie einer Erkältung nahe kamen und jedes Mal, wenn sie hörten, dass es eine Erkältungs- oder Grippeepidemie gab. Wegen der Ältesten, wegen dem, was sie von anderen gehört haben. Aufgrund dessen, was sie in Zeitungen und Anzeigen in Radio und Fernsehen gelesen haben und vor allem, weil sie die metaphysische Wahrheit des Lebens nicht kennen, haben sie diese falschen Vorstellungen akzeptiert. Sie sind zu Reflexen geworden, die ohne ihren Vorsatz automatisch wirken und die die Ursache für all die Übel sind, die sie im Bild ihres Lebens plagen. Du hast eine große Last von seltsamen Vorstellungen, die jeden Bereich deines Lebens, deinen Körper, deine Seele und deinen Geist beeinflussen. Denken sie daran, dass, wenn sie sie nicht akzeptiert hätten, wenn sie durch ihr Recht des freien Willens zu wählen, zu akzeptieren und abzulehnen, das Negative nicht akzeptiert hätten, es keinen Keim, Virus oder Macht in der Welt gibt, der ihr Unterbewusstsein hätte angreifen oder überzeugen können, auf eine andere Weise zu handeln als die, die sie ihm gegeben haben. Ihr Wille, ob negativ oder positiv, ist der Magnet, der die Keime, die widrigen oder die guten Umstände zu ihnen anzieht. Wie wir bereits gesagt haben, bestimmt ihre Einstellung, negativ oder positiv gegenüber den Ereignissen, für sie die Auswirkungen. Kapitel 3 Die unfehlbare Formel Es stellt sich heraus, dass jeder menschliche Geist eine Masse von Meinungen, Überzeugungen oder falschen Vorstellungen enthält, die der Wahrheit widersprechen und im Widerspruch zu den grundlegenden Prinzipien der Schöpfung stehen und die sich immer wieder in den äußeren Bedingungen manifestieren. All das Unheil und die Leiden, die den Menschen und die Welt im Allgemeinen heimsuchen. Krankheit, Unfälle, Krankheiten, Streit, Disharmonie, Mangel, Versagen und sogar Tod. Glücklicherweise entspricht nichts von alledem der Wahrheit des Seins. Glücklicherweise gibt es einen Weg, all diese falschen Überzeugungen auszulöschen und sie durch Richtige zu ersetzen, die nicht nur positive, gute, glückliche, richtige Bedingungen und Umstände hervorbringen werden. Aber wenn der Irrtum erst einmal korrigiert und die Wahrheit im Unterbewusstsein verankert ist, können die negativen Dinge nie wieder in unserem Leben passieren. Die Reihenfolge wurde geändert. Der Magnet hat seinen Pol gewechselt. Es ist absolut unmöglich, etwas anzuziehen, das nicht bereits seine Entsprechung in uns gefunden hat. Die unfehlbare Formel lautet wie folgt. Jedes Mal, wenn ihnen etwas Unerwünschtes widerfährt, wenn sie krank werden, wenn ihnen ein Unfall passiert, wenn sie beraubt werden, wenn sie beleidigt werden, wenn sie gestört werden, wenn sie gestört werden. Wenn du die Ursache eines Übels für einen anderen oder für dich selbst bist, wenn du mit einem körperlichen oder moralischen oder charakterlichen Defekt behaftet bist, wenn du jemanden nicht magst, wenn du ihn verabscheust oder wenn du ihn zu sehr liebst und dafür leidest, wenn du von Eifersucht gequält wirst, wenn du dich in jemanden verliebst, der zu einem anderen gehört, wenn du das Opfer von Ungerechtigkeit bist oder das Opfer der Beherrschung durch einen anderen, die Liste ist endlos, also sag dir, welcher Zustand dich betrifft. Erkenne die Wahrheit. So sagte Jesus Christus, der größte aller Meister der Metaphysik. Erkenne die Wahrheit und sie wird dich freimachen. Die Wahrheit, das höchste Gesetz, ist vollkommene Harmonie, Schönheit, Güte, Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit, Freiheit, Gesundheit, Intelligenz, Weisheit, Liebe und Glückseligkeit. Alles, was dem widerspricht, ist Schein. Es widerspricht dem obersten Gesetz der vollkommenen Harmonie und ist deshalb eine Lüge, weil es der Wahrheit widerspricht. Dein höheres Selbst ist vollkommen. In diesem Moment und schon immer war es vollkommen. Es kann nicht krank werden, weil es Leben ist. Es kann aus demselben Grund nicht sterben. Es kann nicht alt werden. Es kann nicht leiden. Sie kann keine Angst haben. Es ist schön. Es ist Liebe, Intelligenz, Weisheit, Glückseligkeit. Das ist Wahrheit. Es ist deine Wahrheit, meine die aller Menschen und zwar genau jetzt. Es ist nicht so, dass der Mensch Gott ist, so wie ein Tropfen Meerwasser nicht das Meer ist, aber er umfasst alles, was das Meer bildet und enthält, bis zu einem winzigen Grad. Und für ein Atom ist dieser Wassertropfen ein Meer. Was auch immer du manifestierst, was auch immer dir passiert, was der perfekten Harmonie zuwiderläuft oder was auch immer du selbst tust oder erleidest, was der perfekten Harmonie zuwiderläuft, ist auf einen irrtümlichen Glauben zurückzuführen, den du geschaffen hast, den du kennst und den du reflexartig nach außen wirfst und der das Gleiche von außen anzieht. Das hat nichts mit eurem höheren Selbst zu tun. Es ist immer noch perfekt. Eure Bedingungen und eure Situation sind perfekt. In jeder der oben genannten Situationen müssen sie sich zunächst an das erinnern, was ich ihnen gerade gesagt habe und dann sagen sie gedanklich oder laut, wie sie wollen. Ich akzeptiere es nicht. Sagen sie es fest, aber mit unendlicher Sanftheit. Geistige Arbeiten brauchen keine körperliche Kraft. Weder Gedanken noch Geist haben Muskeln. Wenn du sagst, ich akzeptiere es nicht, dann tue es so, als würdest du sagen, ich habe keine Lust. Ruhig, aber mit der gleichen Überzeugung und Festigkeit, ohne zu schreien, ohne Gewalt, ohne eine Bewegung, ohne Schroffheit. Nachdem du gesagt hast, ich akzeptiere es nicht, erinnere dich daran, dass dein höheres Selbst vollkommen ist, dass seine Bedingungen vollkommen sind. Nun sage, ich erkläre, dass die Wahrheit dieses Problems, Harmonie, Liebe, Intelligenz, Gerechtigkeit, Fülle, Leben, Gesundheit und so weiter, ist, was auch immer das Gegenteil der Wahrheit ist. Was auch immer das Gegenteil des negativen Zustands ist, der sich in diesem Moment manifestiert. Ich danke dir, Vater, denn du hast mich erhört. Man muss nicht blindlings glauben, was man liest. Sie müssen es selbst überprüfen. In der metaphysischen Sprache nennt man das eine Behandlung. Nach einer Behandlung müssen sie die von ihnen erklärte Haltung beibehalten. Es darf kein Zweifel an der Wirksamkeit der Behandlung aufkommen, noch dürfen die Konzepte, Meinungen und Überzeugungen von vorher in Worte gefasst werden, denn das zerstört, macht die Behandlung zunichte. Das Ziel ist es, das mentale Muster zu transformieren, das im Unterbewusstsein vorherrscht, das halte das mentale Klima, in dem sie gelebt haben, mit all ihren negativen Umständen. Der heilige Paulus sagt, ihr werdet gebildet durch die Erneuerung eures Geistes. Diese Erneuerung geschieht, indem wir jede alte Überzeugung ändern, die uns im Leben begegnet, oder unser Gewissen, das bewusst mit der Wahrheit nicht übereinstimmt. Es gibt Überzeugungen, die so tief verwurzelt sind, dass sie in der metaphysischen Sprache als Kristallisationen bezeichnet werden. Diese erfordern mehr Arbeit als andere, aber jedes Leugnen und Bejahen dieser Kristallisationen löscht den ursprünglichen Entwurf aus, bis er ganz verschwindet und nichts mehr übrig bleibt als die Wahrheit. Ihr werdet sehen, wie Wunder in eurem Leben, in eurem Umfeld und in euren Verhältnissen geschehen. Ihr habt keine Fehler, sondern nur den Anschein von Fehlern. Was ihr als moralische oder physische Mängel seht, ist vergänglich, denn wenn ihr die Wahrheit eures wahren Selbst kennt, ist euer Christus, euer höheres Selbst, ein vollkommenes Kind Gottes, das nach dem Ebenbild des Vaters geschaffen wurde. Die Unvollkommenheiten, die ihr der Welt präsentiert, beginnen zu verblassen. Das ist eine nachprüfbare Tatsache. Jeder Student der christlichen Metaphysik kann bestätigen, was ich ihnen gerade gesagt habe. Dies ist die große Wahrheit. Vergessen sie sie nie und beginnen sie jetzt, sie zu praktizieren. Je mehr du sie praktizierst, desto mehr wirst du sie erkennen, desto mehr wirst du Fortschritte machen und desto glücklicher wirst du dich fühlen. Erinnere dich. Du bist einzigartig, wie deine Fingerabdrücke. Du wurdest nach einem einzigartigen Plan erschaffen, für einen besonderen Zweck, den niemand außer dir erfüllen kann. Ihr habt 14.000 Jahre gebraucht, um euch dahin zu entwickeln, wo ihr heute seid. Die Ausdrucksformen Gottes sind unendlich. Du und ich sind nur zwei dieser unendlichen Ausdrucksformen. Dein Christus ist ein intelligentes Wesen, das dich wahnsinnig liebt und seit Jahrhunderten darauf wartet, dass du ihn erkennst. Die Zeit ist gekommen. Sprechen sie mit ihm, fragen sie ihn und warten sie auf seine Antworten. Er ist der einzige Führer und Meister für dich. Wenn du diese Wahrheit verstehst, akzeptierst und erkennst, wird das für dich die Geburt Christi sein. Das ist es, was für dieses Zeitalter prophezeit wurde. Er ist der Messias. Es geht nicht darum, dass Jesus jetzt wiedergeboren wird. Es geht darum, dass jeder den Christus in seinem Gewissen und in seinem Herzen finden wird, so wie es bei Jesus der Fall war. Deshalb nannten sie ihn Jesus Christus. Kapitel 4 Das Dekret Jedes gesprochene Wort ist ein Dekret, das sich nach außen hin manifestiert. Das Wort ist der gesprochene Gedanke. Jesus sagte zwei Dinge, die nicht ernst genommen wurden. Erstens, durch eure Worte werdet ihr verurteilt werden und durch eure Worte werdet ihr gerechtfertigt werden. Das bedeutet nicht, dass andere uns nach dem beurteilen, was wir sagen, obwohl es auch wahr ist. Wie sie gesehen haben, lehrte der Meister Metaphysik, nur dass die Rasse noch nicht reif genug war, sie zu verstehen. Bei mehreren Gelegenheiten warnte er, dass er noch viele andere Dinge zu sagen habe, aber dass sie nicht verstanden werden könnten. Bei anderen Gelegenheiten sagte er, dass derjenige, der Ohren hat zu hören, ihn hören lassen soll. Der zweite Hinweis auf die Macht des Wortes war, nicht was zum Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund kommt. Denn was aus dem Mund kommt, kommt aus dem Herzen. Deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Ich schlage vor, dass sie auf all das achten, was sie an einem einzigen Tag beschließen. Wir wollen sie daran erinnern. Die Geschäfte sind sehr schlecht, die Dinge sind sehr schlecht. Die Jugend ist verloren, der Verkehr ist unmöglich, der Service ist unerträglich. Man kann keinen Service bekommen. Lass den Roller nicht liegen, weil sie ihn klauen. Diebe klauen an jeder Ecke. Ich habe Angst, rauszugehen. Sei vorsichtig, du wirst fallen. Sei vorsichtig, sie werden dich umbringen. Du wirst von einem Auto angefahren werden. Du machst das noch kaputt. Ich habe Pech. Ich kann das nicht essen, es tut mir weh. Mein schlechtes Gedächtnis, meine Allergie, mein Kopfweh, mein Rheuma, meine schlechte Verdauung. Der da ist ein Bandit. Das ist ein Schuft. Er musste es sein, obwohl er es nicht war. Seien Sie nicht überrascht und beschweren Sie sich nicht, wenn Sie sehen, dass es passiert, wenn Sie es ausdrücken. Du hast es angeordnet. Du hast einen Befehl gegeben, der ausgeführt werden muss. Denken Sie daran und vergessen Sie nie, dass jedes Wort, das Sie aussprechen, ein Dekret ist. Ob positiv oder negativ, wenn es positiv ist, manifestiert es sich im Guten. Wenn es negativ ist, manifestiert es sich im Bösen. Wenn es sich gegen Deinen Nächsten richtet, ist es dasselbe, als ob ich es gegen Dich verordnet hätte. Das wird an Dich zurückgegeben. Wenn es freundlich und verständnisvoll gegenüber anderen ist, wirst Du von anderen Freundlichkeit und Verständnis für Dich erhalten. Und wenn Dir etwas Ärgerliches, Negatives, Unangenehmes passiert, sage nicht, aber ich habe nicht gedacht oder befürchtet, dass mir das passieren würde. Sie sollten die Aufrichtigkeit und Bescheidenheit besitzen, sich daran zu erinnern, mit welchen Worten Sie sich über einen anderen Menschen geäußert haben. In welchem Moment ist ein sehr alter, tief verwurzelter Begriff aus Ihrem Herzen gekommen, der vielleicht nichts anderes ist als eine gesellschaftliche Gewohnheit, wie die meisten der oben genannten, und den Sie eigentlich nicht mehr verwenden wollen. Da das Gefühl, das einen Gedanken begleitet, das ist, was ihn am festesten im Unterbewusstsein verankert, hat der Meister Jesus, der nie überflüssige Worte benutzte, es sehr gut ausgedrückt, als er sagte, was aus dem Mund kommt, kommt aus dem Herzen. Und das gibt uns den unmissverständlichen Schlüssel zu dem, was aus dem Herzen kommt. Und dies gibt uns den unmissverständlichen Schlüssel. Das erste Gefühl, das er uns lehrt, ist die Angst. Sie wird uns zuerst von unseren Eltern und dann von unseren Religionslehrern beigebracht. Wenn wir Angst empfinden, rast unser Herz. Wir sagen oft, mir ist das Herz fast aus dem Leibe gesprungen, um zu zeigen, wie groß die Angst in einem bestimmten Moment ist. Die Angst ist es, die hinter all den negativen Phrasen steckt, die ich oben zitiert habe. Der heilige Paulus sagt, wir werden verwandelt durch die Erneuerung unseres Geistes. Jedes Mal, wenn Sie sich dabei ertappen, wie Sie einen negativen Satz sagen, werden Sie wissen, welche Art von Missverständnis Sie in Ihrem Unterbewusstsein verankert haben und Sie werden wissen, um welche Art von Gefühl es sich handelt. Streichen Sie die Angst oder die Lieblosigkeit, löschen Sie sie aus, indem Sie sie als Lügner verleugnen und bejahen Sie die Wahrheit, wenn Sie sie nicht weiterhin im Außen manifestieren wollen. Nach einer kurzen Zeit dieser Praxis werden Sie feststellen, dass Sie anders sprechen. Dein Denken ist anders. Du und Dein ganzes Leben werden durch die Erneuerung Deines Geistes verwandelt. Wenn Sie mit anderen Menschen zusammentreffen, werden Sie sich vollkommen bewusst sein, welche Art von Konzepten Sie haben und Sie werden sie in allem, was Ihnen widerfährt, bemerken. Wann immer Du negative Gespräche hörst, bestätige nichts von dem, was Sie sagen. Denken Sie, ich akzeptiere es weder für mich noch für Sie. Sie müssen es Ihnen nicht sagen. Es ist besser, die Wahrheit, die Sie lernen, nicht preiszugeben, nicht weil Sie sie verstecken müssen, sondern weil es eine okkulte Maxime gibt, die besagt, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Meister. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass jeder, der bereit ist, eine Stufe aufzusteigen, sich automatisch demjenigen nähert, der ihn weiterbringen kann. Also versuche nicht, ein Katechet zu sein. Zwingt niemanden, Lektionen in der Wahrheit zu erhalten, denn ihr könntet feststellen, dass diejenigen, von denen ihr dachtet, sie seien am bereitwilligsten, am wenigsten dafür empfänglich sind. Das ist es, was Jesus meinte, als er sagte, gebt das, was heilig ist, nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit sie sie nicht unter ihren Füßen zertreten und sich umdrehen und euch in Stücke reißen. Kapitel 5 Kann der Glaube Berge versetzen? Warum und wie? Jeder kennt das Sprichwort und wiederholt es oft, Sie wiederholen es wie Papageien, weil sie nicht wirklich wissen, was es bedeutet oder warum oder wie es ist, dass der Glaube Berge versetzt. Nur wenige wissen, dass auch die Angst Berge versetzt. Furcht und Glaube sind ein und dieselbe Kraft. Angst ist negativ und Glaube ist positiv. Furcht ist der Glaube an das Böse, das heißt, die Überzeugung, dass schlimme Dinge passieren werden. Glaube ist die Überzeugung, dass das, was passieren wird, gut ist oder dass es gut ausgehen wird. Angst und Glaube sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Schauen Sie genau hin. Sie haben nie Angst, dass Ihnen etwas Gutes widerfährt. Sie sagen auch nie, sie glauben, dass Ihnen etwas Schlimmes passieren wird. Glaube ist immer mit etwas verbunden, das wir uns wünschen und ich glaube nicht, dass du dir das Böse wünschst. Sie fürchten es, nicht wahr? Was immer du fürchtest, ziehst du an und es passiert dir. Wenn es dir dann passiert, sagst du im Allgemeinen triumphierend, aha, ich wusste es, ich habe es gefühlt. Und sie rennen los, um es zu erzählen und zu wiederholen, als ob sie mit ihren hellseherischen Fähigkeiten angeben wollten. In Wirklichkeit haben sie es nur aus Angst gedacht. Haben sie es gespürt? Natürlich haben sie es gespürt. Du hast es gespürt. Du sagst es ja selbst. Sie wissen, dass das, was sie denken und dabei eine Emotion empfinden, sich manifestiert oder anzieht. Du hast es vorausgesehen und gehofft. Antizipieren und Erwarten ist Glaube. Beachte nun, dass alles, worauf du mit Glauben wartest, zu dir kommt und dir widerfährt. Wenn sie also wissen, dass dies so ist, was hält sie davon ab, den Glauben für alles einzusetzen, was sie sich wünschen? Liebe, Geld, Gesundheit und so weiter. Es ist ein Naturgesetz. Es ist eine göttliche Weisung. Christus hat es mit den folgenden Worten gelehrt, die sie kennen. Was immer ihr im Gebet bittet und glaubt, das werdet ihr erhalten. Ich habe es nicht erfunden. Es steht in Matthäus Kapitel 21, Vers 22. Und Markus sagt es noch deutlicher. Was immer ihr im Gebet erbittet, ihr müsst glauben, dass ihr es empfangen werdet, und es wird euch gegeben werden. Der heilige Paulus drückt es mit Worten aus, die nicht anders zu deuten sind. Der Glaube ist die Gewissheit dessen, was man hofft, und die Überzeugung dessen, was man sieht. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass der Glaube die Überzeugung vom Guten ist. Jetzt werde ich Ihnen sagen, dass die Überzeugung aus der Erkenntnis kommt. Angenommen, sie leben in der Provinz und waren noch nie in der Hauptstadt. Sie wollen in die Hauptstadt fahren und nehmen den Zug, das Auto oder das Flugzeug. Sie wissen, wo die Hauptstadt liegt und wie sie dorthin kommen. Eines Tages machst du dich auf den Weg in die Hauptstadt, und du nimmst das Verkehrsmittel, das dir am besten passt. Aber auf dem Weg dorthin hast du doch keine Angst, dich auf den Mond zu verirren, oder? Wenn du ein wilder Indianer wärst, würdest du vor Angst zittern, weil du gar nicht weißt, was mit dir geschieht. Aber wenn du ein zivilisierter Mensch bist, gehst du ruhig weiter, weil du weißt, dass du zu dieser und jener Stunde die Hauptstadt erreichen wirst. Wissen Die Unkenntnis der Prinzipien der Schöpfung ist es, die die Welt das Böse fürchten lässt, weil sie nicht weiß, wie sie den Glauben einsetzen soll oder was er überhaupt ist. Der Glaube ist eine Überzeugung, eine Gewissheit, aber diese muss auf dem Wissen um etwas beruhen. Sie wissen, dass es das Kapital gibt und dass sie sich darauf zubewegen. Deshalb wissen sie auch, dass sie nicht auf dem Mond landen werden. Sie wissen jetzt, dass sie etwas nicht bekommen, wenn sie Angst haben, es nicht zu bekommen. Wenn du es verleugnest, bevor du es bekommst, wie in dem bereits erwähnten Beispiel des Gebets, das die Allgemeinheit der Menschen an Gott richtet. Mein Gott, gewähre mir das, obwohl ich weiß, dass du es mir nicht geben wirst, weil du denkst, dass es nicht gut für mich ist. Du wirst es nicht bekommen, weil du es vorher verweigert hast. Sie haben zugegeben, dass sie es nicht erwarten. Lassen Sie mich Ihnen die metaphysische Formel geben, um zu bekommen, was man sich wünscht. Es ist eine Formel, die für alles verwendet werden kann. Probieren Sie es selbst aus. Glaube mir nicht blind. Ich wünsche mir so etwas in Harmonie für die ganze Welt und in Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen. Unter Gnade und auf vollkommene Weise. Ich danke dir, Vater, dass du mich erhört hast. Nun zögere keinen Augenblick mehr. Du hast die Zauberformel benutzt. Du hast das ganze Gesetz erfüllt. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis du deinen Wunsch verwirklicht sehen wirst. Habt Geduld. Je länger du wartest, desto eher wirst du das Ergebnis sehen. Ungeduld, Anspannung und geistiges Beharren zerstören die Behandlung. Die Formel ist das, was man in der Metaphysik eine Behandlung nennt. Damit sie wissen, was sie getan haben, indem sie die Formel wiederholten, erkläre ich ihnen den Vorgang im Detail. Indem sie sagen, in Harmonie für die ganze Welt, haben sie jede Gefahr beseitigt, dass ihre Bequemlichkeit anderen schadet, so wie es ihnen nicht möglich ist, einem anderen Böses zu wünschen. Wenn du sagst, nach dem göttlichen Willen, wenn das, was du dir wünschst, für dich nicht perfekt ist, wirst du sehen, dass etwas viel Besseres geschieht, als du erwartet hast. In diesem Fall bedeutet es, dass das, was du dir gewünscht hast, nicht gut genug war oder nicht so gut war, wie du dachtest. Gottes Wille ist vollkommen. Wenn es heißt, aus Gnade und in vollkommener Weise, dann birgt das ein wunderbares Geheimnis. Aber lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel dafür geben, was passiert, wenn man nicht weiß, wie man unter Gnade und auf vollkommene Weise bittet. Eine Frau brauchte dringend eine Geldsumme und bat am 15. Eines jeden Monats darum. Sie glaubte fest daran, dass sie es erhalten würde, aber ihr Egoismus und ihre Gleichgültigkeit veranlassten sie nicht mit Rücksicht auf andere darum zu bitten. Am nächsten Tag beschädigte ein Auto ihre Tochter und am 15. Des Monats erhielt sie genau den Betrag, um den sie gebeten hatte. Die Versicherung bezahlte ihr den Unfall ihrer Tochter. Sie machte das Gesetz gegen sich selbst geltend, unter Gnade und in vollkommener Weise zu bitten, bedeutet, mit dem geistigen Gesetz zu arbeiten. Das Gesetz Gottes, das sich immer auf der geistigen Ebene manifestiert. Dort, auf der geistigen Ebene, ist alles vollkommen, ohne Hindernis, ohne Hindernis, ohne Hindernis, ohne Stolpern oder Schaden für irgendjemanden, ohne Kampf oder Anstrengung, reibungslos, alles mit großer Liebe. Und das ist unsere Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die, wenn sie erkannt wird, uns freimacht. Danke, Vater, dass du mich erhört hast. Das ist der höchste Ausdruck des Glaubens, den wir hegen können. Jesus lehrte es und wandte es auf alles an, vom Brechen des Brotes, mit dem er 5000 Menschen speiste, bis hin zur Erklärung, wie er den Wein in sein Blut verwandelte. Dem Vater zu danken, bevor er die Offenbarung sieht. Sie sehen, alles, was Jesus lehrte, war metaphysisch. Was immer du dir wünschst, was immer du brauchst, du kannst es manifestieren. Der Vater hat bereits alles vorausgesehen, er hat bereits alles gegeben, aber du musst darum bitten, wenn du das Bedürfnis verspürst. Du musst nur daran denken, dass du nicht Böses für einen anderen erbitten kannst, denn das wird dir zurückgegeben. Und was immer du für dich selbst erbittest, musst du auch für die ganze Menschheit erbitten, denn wir sind alle Kinder desselben Vaters. Bitten sie zum Beispiel um große Dinge. Der Vater ist sehr reich und er mag keine Geizhälse. Sagen sie nicht, Papa Gott, gib mir ein kleines Haus. Alles, worum ich bitte, ist ein kleines Haus, auch wenn es nur klein ist. In Wirklichkeit brauchst du ein großes Haus, denn deine Familie ist groß. Du wirst nur das bekommen, worum du bittest. Bitten sie so. Vater, gib mir und der ganzen Menschheit alle Wunder deines Reiches und machen sie jetzt ihre Liste. Und jetzt mach deine Liste. Um ihren Glauben zu stärken, machen sie eine Liste der Dinge, die sie wünschen oder brauchen. Listen sie die Gegenstände oder Dinge auf. Machen sie neben dieser Liste eine weitere Liste, auf der sie die Dinge aufzählen, die verschwinden sollen, entweder in ihnen selbst oder äußerlich. Schreiben sie auf dasselbe Papier die Formel, die ich ihnen oben gegeben habe. Lesen sie nun jeden Abend ihren Zettel und erlauben sie sich nicht den geringsten Zweifel. Danken sie jedes Mal, wenn sie an das denken, was sie geschrieben haben. Wenn du siehst, dass die Dinge, die du aufgelistet hast, erfüllt sind, streiche sie durch. Und am Ende, wenn du siehst, dass sie alle erfüllt sind, sei nicht so undankbar, dass du denkst, vielleicht wollten sie sie mir sowieso geben. Denn das ist eine Lüge. Sie wurden dir weggenommen, weil du richtig darum gebeten hast und das Äußere kam dir entgegen, um sie an dir vorbeiziehen zu lassen. Da sie so daran gewöhnt sind, aus verschiedenen Gründen Angst zu empfinden, wiederholen sie jedes Mal, wenn sie von einer Angst überfallen werden, die folgende Formel, die den Reflex, den sie in ihr Unterbewusstsein eingraviert haben, auslöschen wird. Ich habe keine Angst. Ich will keine Angst haben. Gott ist Liebe und in der ganzen Schöpfung gibt es nichts zu fürchten. Ich habe Vertrauen. Ich möchte den Glauben spüren. Ein großer Meister pflegte zu sagen, das Einzige, wovor man Angst haben muss, ist die Angst. Ihr müsst diese Formel wiederholen, auch wenn ihr vor Angst zittert. Zu dieser Zeit umso mehr. Nur der Wunsch, sich nicht zu fürchten und der Wunsch, Vertrauen zu haben, reichen aus, um alle Auswirkungen der Angst aufzuheben und uns auf den positiven Pol des Glaubens zu stellen. Ich nehme an, Sie kennen das psychologische Prinzip, das besagt, dass, wenn eine Gewohnheit ausgelöscht wird, sie durch eine andere ersetzt werden muss. Jedes Mal, wenn eine im Unterbewusstsein kristallisierte Idee verleugnet oder abgelehnt wird, wird sie ein wenig ausgelöscht. Das kleine Vakuum, das dadurch entsteht, muss sofort mit einer entgegengesetzten Idee gefüllt werden. Andernfalls wird das Vakuum Ideen der gleichen Art anziehen, die immer in der Atmosphäre schweben und von anderen gedacht werden. Allmählich werden Sie sehen, dass Ihre Ängste verschwinden werden, wenn Sie den Willen haben, die Formel unter allen Umständen, die sich ergeben, ständig zu wiederholen. Nach und nach werden Sie sehen, dass Ihnen nur die Dinge widerfahren, die Sie wollen. An Ihren Früchten werdet Ihr sie erkennen, sagte Jesus. Dieses großartige Instrument, die Macht der Entscheidung, wird uns in jenem außergewöhnlichen Schöpfungsbericht vorgestellt, der in den ersten beiden Kapiteln der Genesis in der Bibel zu finden ist. Ich schlage vor, dass Sie sich etwas Zeit nehmen, um diesen wunderbaren Bericht zu lesen. Beim Lesen werden Sie erkennen, dass der Mensch, D.H., Sie und ich, nicht geschaffen wurde, um ein Spielball von Umständen, ein Opfer von Bedingungen oder eine Marionette zu sein, die von Mächten außerhalb seines Bereichs bewegt wird. Im Gegenteil, wir stellen fest, dass der Mensch an der Spitze der Schöpfung steht. Er ist bei weitem nicht das unbedeutendste Wesen im Universum, sondern aufgrund der I.M. von seinem Schöpfer verliehenen Kräfte, die von Gott eingesetzte höchste Autorität, die über die Erde und alles Geschaffene herrscht. Der Mensch ist mit denselben Kräften ausgestattet wie der Schöpfer, denn er ist nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen. Der Mensch ist das Werkzeug, durch das die Weisheit, die Liebe, das Leben und die Kraft des Schöpfergeistes in Fülle zum Ausdruck kommen. Gott hat den Menschen in ein reaktionsfähiges und gehorsames Universum gestellt, einschließlich seines Körpers, seiner Angelegenheiten und seiner Umgebung, das keine andere Wahl hat, als die Erlasse oder Dekrete seiner höchsten Autorität auszuführen. Die verfügende Macht ist dem Menschen absolut. Die Herrschaft, die Gott ihm gegeben hat, ist unwiderruflich. Und obwohl die Grundnatur des Universums nach dem Urteil des Schöpfers gut ist, kann sie dem Menschen nur so erscheinen, wie er sie zu erscheinen anordnet. Wir sehen, dass der Mensch, solange er seinem Schöpfer gehorsam war, seine Macht zu denken und Entscheidungen zu treffen, im Einklang mit dem Geist des Guten, der die Struktur der Schöpfung ist, in einem Universum des Guten, einem Garten Eden lebte. Aber als der Mensch fiel, als er vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aß und beschloss, sein Denken und den Gebrauch seiner Kräfte auf Gut und Böse zu gründen, was er als freier Akteur tun konnte, fand er sofort Schweiß und Disteln, vermischt mit seinem täglichen Brot. Seit dem Sündenfall ist der Mensch damit beschäftigt, seine Welt für Gut oder Böse zu erklären und seine Erfahrungen stimmen mit seinen Entscheidungen überein. Das zeigt deutlich, wie das Universum reagiert und wie vollständig und weitreichend die Herrschaft und Autorität des Menschen ist. Kapitel 6 Liebe Es bleibt nur noch dieses Kapitel, um euer Wissen über das erste Prinzip der Schöpfung zu vervollständigen, das Prinzip des Mentalismus, dessen Motto lautet Alles ist Geist Jesus Christus sagte, Ihr seid Götter Johannes Evangelium 10 34 So wie die Schöpfung ein manifestierter Gedanke war, so erschafft der Mensch, der ein potenzieller Gott ist, durch Gedanken alles, was er manifestiert sieht, in Gleichheit und Ähnlichkeit mit seinem Schöpfer. Dies haben sie bereits gelernt. Ihr habt auch die Mechanik dieser geistigen Schöpfung gelernt, den Charakter, positiv oder negativ dessen, was ihr erschaffen habt, die Kraft, Glaube oder Angst, die den Charakter bestimmt. Die Art und Weise, wie ihr den äußeren Aspekt dessen, was ihr erschaffen habt, verändern könnt, verneinen und bejahen. Die Macht des Wortes, das ein gesprochener Gedanke ist und daher die Befehle bestätigt, die sie mit ihren Gedanken gegeben haben. Und schließlich die unfehlbare Formel, um das Beste, das Höchste, das Vollkommene zu erschaffen, zu manifestieren und zu erlangen, erkenne die Wahrheit. Gemäß der Anordnung von Meister Jesus weißt du, dass diese Wahrheit darin besteht, dass wir perfekt erschaffen wurden, von einem perfekten Schöpfer, mit der perfekten Essenz seiner selbst, mit dem freien Willen, positiv oder negativ zu erschaffen. Deshalb ist das Böse keine Schöpfung Gottes. Es hat keine Macht im Angesicht der Wahrheit. Diese verschwindet, wenn sie durch den positiven Gedanken und das Wort Jesu ersetzt wird. Widersteht dem Bösen nicht, Matthäus 5,39, da zählt, dass wir das Böse mit dem Guten überwinden. Die einzige Wahrheit ist das Gute. Von nun an werden sie nie wieder jemandem die Schuld für das geben können, was ihnen widerfährt. Sie müssen sich selbst ins Gesicht sehen und sich fragen, wie war mein geistiges Klima in dieser Situation? War es positiv oder negativ? Habe ich Glauben oder Angst gespürt? Welche Art von Dekreten habe ich mit meinen Worten ausgesprochen? Sie müssen ehrlich sein und die Wahrheit sagen. Sind sie zufrieden mit dem, was sie sehen oder gefällt es ihnen nicht? Du wirst sagen. Nun, in der christlichen Metaphysik sagen wir, dass Gott sieben Aspekte hat. Liebe, Wahrheit, Leben, Intelligenz, Seele, Geist und Prinzip. Sie sehen, all diese Aspekte sind unsichtbare Zustände. Das bedeutet, dass sie alle mental sind. Wir können sie also nicht sehen oder berühren. Wir fühlen und schätzen ihre Wirkungen. Sie existieren, sie wirken, sie sind real, sie sind Dinge und keiner von ihnen kann geleugnet werden. Die Liebe wird als das Wesen Gottes bezeichnet, als erster Aspekt Gottes, als die stärkste aller Kräfte und als die empfindlichste. Nur wenige Menschen wissen, was Liebe wirklich ist. Die meisten glauben, dass es das ist, was man gegenüber Eltern, Kindern, Ehepartnern, Liebhabern und so weiter empfindet. Zuneigung, Zärtlichkeit, Anziehung, Antipathie und Hass sind verschiedene Grade ein und derselben Sache. Gefühle. Die Liebe ist sehr komplex und kann nicht mit einem einzigen Wort definiert werden, aber wie auf unserem Planeten wird die Liebe als Gefühl verstanden. Und obwohl dies sozusagen nur der äußere Rand der Liebe ist, wollen wir versuchen, das Gefühl so nahe wie möglich an die Liebe heranzuführen, um sie zu verstehen. Der zentrale Punkt auf der Skala vom Hass zum Gefühl, das wir Liebe nennen, ist Toleranz und Wohlwollen. Es scheint ein Widerspruch zu sein, aber wenn man liebt, zu viel oder zu sehr, fehlen einem Toleranz und Wohlwollen. Wenn man hasst, fehlt es an Toleranz und Wohlwollen. Mit anderen Worten, sowohl übermäßige Liebe als auch übermäßige Unliebe sind die Negation von Toleranz und Wohlwollen. Jesus sagte, Friede den Menschen guten Willens. Das bedeutet, dass alles, was darüber hinausgeht, keinen Frieden bringt. Der Friede liegt in der Mitte, im perfekten Gleichgewicht, weder zu viel noch zu wenig. Und das gilt für alles. Jedes Übermaß, auch das Übermaß an Gutem, ein Übermaß an Geld, ein Übermaß an Liebe, ein Übermaß an Nächstenliebe, ein Übermaß an Gebet, ein Übermaß an Opfern und so weiter, bringt die Waage aus dem Gleichgewicht. Es führt eher zu einer Seite und nimmt den Frieden weg. Wenn es in der Genesis heißt, von allen Früchten des Paradieses dürft ihr essen, nur nicht von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse, dann ist genau das gemeint. Der Stamm des Baumes symbolisiert die Mitte, das Gleichgewicht. Die Zweige gehen von diesem Zentrum aus, breiten sich nach allen Seiten aus und bringen Früchte hervor. Einige zeigen sich als gut, andere als böse. Sie symbolisieren die Extreme. Sie sehen also, dass die verbotene Frucht, die so viel Leid in der Welt verursacht hat, nichts anderes ist als die Extreme, der Exzess in allen Aspekten. Da Gott, der alles erschaffen hat, sein ganzes Werk für gut erklärt hat, lesen Sie es in der Genesis und nur das Wort Böse erwähnt, in Bezug auf den Exzess. Eine Klammer, um Ihnen zu empfehlen, Prediger Kapitel 3 zu lesen und zu meditieren, dass damit beginnt. Alles hat seine Zeit. Die Bibel Kehren wir zur Liebe zurück. Die Mütter, die sagen, dass sie ihre Kinder lieben, die ihnen nicht erlauben, das Nest zu verlassen, zu heiraten oder unabhängig von ihnen zu handeln, wenn sie erwachsen sind, lieben nicht. Sie sind egoistisch und was sie fühlen, ist der Wunsch nach Besitz. Das Gleiche gilt für die Freundinnen und Ehefrauen, die von Eifersucht gequält werden. Diese Art von Liebe ist nichts anderes als ein Übermaß an Gefühlen. Sie übersteigen das Maß und gehen daher weit über Toleranz und Wohlwollen hinaus. Übertriebene Gefühle zeigen in der Regel, dass die Entwicklung der Intelligenz mangelhaft ist. Dies wird zweifellos Empörung bei jenen Menschen hervorrufen, die den Mund vollnehmen und sich als sehr sentimental bezeichnen. Niemand mag es, wenn sein Mangel an Intelligenz von anderen aufgedeckt wird, aber er kann ihn zeigen. Übertriebene Emotionalität ist, wie alles Übertriebene, schlecht. Sie ist der Beweis dafür, dass das, was ihr entgegenwirkt, fehlt. Ein Übermaß an Wärme wird zum Beispiel durch eine gleiche Menge an Kälte ausgeglichen, um sie erträglich oder unangenehm zu machen. Intelligenz ist kalt. Emotionen sind warm. Eine große emotionale Kapazität ist eine großartige und höchst wünschenswerte Eigenschaft, vorausgesetzt, sie wird durch eine ebenso große intellektuelle Kapazität ausgeglichen. Das ist es, was große Künstler hervorbringt. Aber der Künstler hat seine Kunst, in die er seine ganze emotionale Kraft stecken kann. Der übermäßig gefühlsbetonte Mensch hingegen, der wenig intellektuell entwickelt ist, gießt seine ganze Leidenschaft in die Menschen um ihn herum, versucht sie zu binden und sie dazu zu bringen, seinen Willen zu erfüllen. Das Mittel gegen übermäßige Emotionalität ist, viel nachzudenken und zu reflektieren, vor allem eine Zeit lang und täglich über Intelligenz zu meditieren. Beginnend mit der Frage, was bedeutet Intelligenz? Weiter mit dem Gedanken, dass alles im Universum, Pflanzen, Tiere und so weiter Intelligenz enthält. Und schließlich, ich bin intelligent mit der Intelligenz Gottes selbst, denn ich bin aus dem Wesen des Schöpfers geschaffen worden, durch Intelligenz, mit Intelligenz und von der Intelligenz Gottes. Schon nach wenigen Tagen der Wiederholung dieser Behandlung werden sie eine Veränderung der Elastizität und der geistigen Durchdringung feststellen. Und nach nur einer Woche Übung werden sie eine Veränderung in der Art und Weise bemerken, wie sie andere lieben, eine Gelassenheit und eine eigentümliche Großzügigkeit, die sie sich nie zugetraut hätten, zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig bemerken sie eine völlige Veränderung bei den anderen, bei ihnen selbst. Das liegt daran, dass wir Individuen oder unteilbar sind. Und was einen betrifft, betrifft alle. Die Stufe, die einer erklimmt, hilft der ganzen Rasse. Wenden wir uns nun dem Feind Nummer 1 der Menschheit zu, Groll und Bitterkeit, um nicht zu sagen Hass. Es gibt kaum einen Menschen, der vom Groll verschont bleibt, nicht wissend, dass er das ganze Leben verbittert, alle Äußerungen negativ beeinflusst und die Ursache für alle Enttäuschungen ist, die wir erleiden. Selbst wenn wir lernen, zu leugnen und zu bejahen, die Wahrheit zu erkennen, unsere Gedanken und Worte zu beobachten und zu korrigieren. Ein einziger Groll, ein Groll, der im Unterbewusstsein und in der Seele eingegraben ist, wirkt wie ein kleiner Gallebrunnen, der seinen Wermutstropfen verströmt, alles befleckt und unseren größten Wünschen überraschend widerspricht. Nichts, auch nicht die perfekteste Manifestation, kann Bestand haben, solange diese ansteckende Quelle der Bitterkeit existiert und unser ganzes Wesen verdirbt. Die Bibel, die Kirchen und die Religionen werden nicht müde, für Vergebung und Liebe gegenüber unseren Feinden zu plädieren. Und es ist alles vergeblich, solange wir nicht gelehrt werden, wie wir denen, die uns verletzt haben, Vergebung auferlegen können. Es wird oft gesagt, ich vergebe, aber ich kann nicht vergessen. Das ist eine Lüge. Solange man sich an eine Verletzung erinnert, hat man sie nicht vergeben. Wir werden die unfehlbare Formel geben, mit der wir gleichzeitig vergeben und vergessen können, zu unserer eigenen Bequemlichkeit. Denn das bringt uns in den zentralen Punkt des Gleichgewichts, den der Toleranz und des guten Willens und dieses Bemühen ist Liebe. Der heilige Johannes, der Apostel der Liebe, sagt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das Gesetz der Liebe zu erfüllen, bedeutet, alle Gesetze zu erfüllen. Es bedeutet, mit Gott in Gott zu sein. Es bedeutet, glücklich zu sein, sich zufrieden und vollständig zu fühlen, in all unseren Erscheinungsformen. Mein Lehrer pflegte zu sagen, der Mann, der gut liebt, ist der mächtigste Mann auf der Welt. Und hier ist das Rezept, um gut zu lieben. Wann immer Sie etwas Unangenehmes gegenüber einer anderen Person empfinden, oder Sie sich dabei ertappen, wie Sie sich über etwas ärgern, was Ihnen angetan wurde, oder Sie erkennen, dass Sie einen offenen Groll oder ein Verlangen nach Rache hegen, beginnen Sie, sich bewusst zu erinnern. Es geht nicht darum, das Geschehene zu vergessen, sondern darum, sich an all die guten Dinge zu erinnern, die Sie über die andere Person wissen. Versuchen Sie, die angenehmen Momente, die Sie in Ihrer Gesellschaft genossen haben, noch einmal zu erleben, bevor Sie sie verletzt haben. Bestehen Sie darauf, sich an die guten Dinge zu erinnern, an Ihre guten Eigenschaften, an die Art und Weise, wie Sie über sie dachten. Wenn es Ihnen gelingt, über einen Witz zu lachen, den Sie Ihnen erzählt haben, oder über etwas Lustiges, das Sie gemeinsam erlebt haben, ist das Wunder vollbracht. Wenn eine Behandlung nicht ausreicht, wiederholen Sie sie so oft wie nötig, um den Groll oder die Verbitterung auszulöschen. Es ist gut, dass Sie es bis zu 70 Mal tun. Dies ist die Erfüllung des von Jesus gegebenen Gesetzes. Widersteht dem Bösen nicht. Das bedeutet, die andere Wange hinzuhalten. Es bedeutet, unsere Feinde zu lieben, diejenigen zu segnen, die uns verfluchen, denen Gutes zu tun, die uns hassen, und für diejenigen zu beten, die uns beleidigen und verfolgen, ohne dass wir uns der Gefahr aussetzen, mit Füßen getreten zu werden. Wenn Sie dies aufrichtig tun, werden Sie etwas sehr Merkwürdiges bemerken, nämlich, dass Sie sich zunächst befreit fühlen werden, und dann, dass ein Berg von kleinen Unannehmlichkeiten, die Ihnen widerfahren sind, und die Sie nicht zuzuordnen wussten, wie von Zauberhand verschwinden und Ihr Leben auf Schienen verläuft. Außerdem wirst Du Dich von allen geliebt fühlen, auch von den Menschen, die Dich vorher nicht mochten. Sie werden sich von allen geliebt fühlen, sogar von den Menschen, die Sie vorher nicht mochten. Als nächstes werden Sie lernen, wie Sie Ihre Gebete formulieren können, was wir in der Metaphysik Behandlungen nennen. So wie wir den ganzen Tag über denken und beschließen, beten wir den ganzen Tag über, negativ oder positiv, und erschaffen unsere eigenen Bedingungen, Zustände und Ereignisse. Wichtig ist, dass wir in dem Geisteszustand bleiben, den das Gebet ausdrückt. Wenn Sie sich nach der Affirmation erlauben, zum negativen Pol zurückzukehren, zerstören Sie die Wirkung des Gebets. Achten Sie auf Ihre Gedanken und auf Ihre Worte. Lassen Sie sich nicht von dem mitreißen, was andere sagen. Denke daran, dass sie nicht wissen, was Du bereits weißt. Was immer Du für Dich selbst denkst und erbittest, denke auch für andere. Wir sind alle eins im Geiste, und das ist die wirksamste Art des Gebens. Das ist besser als Brot und Almosen, denn Brot und Almosen dauern nur einige Augenblicke, während die Wahrheit für immer beim anderen bleibt. Früher oder später wird Deine geistige Gabe in Dein Bewusstsein eindringen, und Du wirst in einem Bruder ein erlösendes Werk vollbracht haben. Das Prinzip des Rhythmus, das das Gesetz des Pendels, des Boomerangs ist, bringt das Gute, das Du tust, zu Dir zurück, ebenso wie das Böse, das Du tust. Es wurde gesagt, dass eins mit Gott die Mehrheit ist, sodass eine einzelne Person, die ihr Bewusstsein auf die geistige Ebene erhebt und die Wahrheit erkennt, in der oben beschriebenen Weise in der Lage ist, eine Organisation vor dem Ruin zu bewahren, eine Gemeinschaft, eine Stadt oder eine Nation aus jeder Krise zu retten. Denn sie wirkt auf der geistigen Ebene, die die Wahrheit ist, und die Wahrheit beherrscht alle niederen Ebenen. Erkenne die Wahrheit und sie wird Dich freimachen. Im Angesicht der eigenen oder fremden Krankheit, ich akzeptiere diese Erscheinung nicht, weder für mich noch für andere. Ich bin Leben, in Dir, in mir, in der ganzen Welt. Ich danke Dir, Vater, dass Du mir zugehört hast. Wiederhole diese Aussage jedes Mal, wenn Du an den Fall denkst, der Dich dazu gezwungen hat, sie auszusprechen. In jedem Fall von Angst. Ich akzeptiere keine Angst. Gott ist Liebe. Ich bin sein Kind. Ich bin Liebe. Ich bin aus der Liebe und durch die Liebe gemacht. Danke, Vater, dass Du mich erhört hast. In jedem Fall von Traurigkeit über mich selbst oder andere. Ich akzeptiere sie nicht. Ich bin Freude. Ich bin Glückseligkeit. Fange an, all die guten Dinge aufzuzählen, die Du hast. Ich danke Dir, Vater, in jeder Manifestation von Knappheit. Ich akzeptiere diese Erscheinung nicht. Meine Welt enthält alles und ich bin die Fülle von allem. Danke, Vater, dass heute alles bedeckt ist, angesichts all dessen, was dem Welt oder dem individuellen Frieden zuwiderläuft. Ich akzeptiere diese Erscheinung des Konflikts nicht. Ich bin Frieden, Harmonie und Ordnung. Wir sind alle eins. Vergib ihnen, Vater, die nicht wissen, was sie tun. Ich vergebe allen und ich vergebe mir selbst. Ich danke Dir, Vater, dass Du mich erhört hast und mich immer erhörst. Metaphysik der Zehn Gebote Wir fügen hier nur zwei ein, das Fünfte und das Sechste. Unter den sogenannten Gesetzen Gottes, die sie studieren werden, wenn sie Lust haben, sie zu lernen, gibt es eines, das Gesetz der Entsprechung genannt wird. Es hat nichts mit Briefen oder Post zu tun. Korrespondenz bedeutet in diesem Fall das, was mit etwas anderem korrespondiert. Dathalt, gleich ist mit, sowie das, was gleich ist mit. Habe ich mich klar ausgedrückt? Dieses Gesetz besagt, dass sich die Bedingungen jeder Ebene oder jedes Bewusstseinszustandes auf allen Ebenen und überall wiederfinden. Wir wollen zum Beispiel immer wissen, wie die Eigenschaften des Jenseits, sagen wir mal, sind. Dieses Jenseits bezieht sich immer auf die Ebene über der Erde oder die Ebene unter der Erde. Das Motto dieses Gesetzes lautet, wie oben ist oben ist unten und wie unten ist oben. Das heißt, so wie wir auf der Erde Regierungen, Schulen, Lehrer, Probleme und die Art und Weise, sie zu lösen haben, gibt es Hände, Füße, Ohren, Augen, es gibt Töne, Zeit, Raum, es gibt Blumen und Früchte. Wie auch immer, sie wissen, was gemeint ist. In jeder Ebene. Auf jeder Ebene gibt es das, was all dem entspricht, auch wenn diese anderen Ebenen für unsere irdischen Augen unsichtbar sind. Der einzige Unterschied ist, dass wenn man in den Ebenen aufsteigt, die gleichen Bedingungen weniger dicht, geräumiger, sagen wir, reiner, schöner, interessanter werden, aber auch komplizierter. Denn auf jeder höheren Ebene gibt es eine Dimension mehr als auf der vorherigen. Das bedeutet nicht, dass es für uns schwierig ist, auf der neuen Ebene zu leben, nachdem wir die alte Ebene verlassen haben. Nein, aus dem einfachen Grund, dass es schwierig ist, auf der neuen Ebene zu leben, nachdem wir die alte verlassen haben. Nein, aus dem einfachen Grund, dass es für ein Kind nicht schwieriger ist zu laufen, nachdem es gelernt hat, dass ihm nichts Schlimmes passieren wird, wenn es loslässt. Kommen wir zur Sache. Das fünfte Gebot auf Erden lautet, du sollst nicht töten. Das lehrt uns, dass wir nicht töten dürfen. Du sollst nicht. Aber warum ist es falsch? Das sagt einem niemand wirklich. Man darf einfach nicht töten. Gehen wir in die Ebene des Jenseits. Dort gilt das gleiche Gesetz, nur dass es heißt, du sollst nicht töten, egal wie sehr du es versuchst. Es wird dir nicht nur nicht gelingen, sondern weil das Instrument nichts zum Töten findet, geht es dorthin zurück, wo es hergekommen ist. Du hast es geworfen. Es tut dir weh, oder es trifft dich. Das gefällt dir nicht und passt dir nicht und du wirst es nicht noch einmal versuchen. Du hast bereits gelernt, nicht zu töten. Nun lass uns für den Moment das sechste Gebot studieren. Du sollst nicht stehlen. Es folgt demselben Prinzip. Auf der Erde wird uns beigebracht, nicht zu stehlen. Das ist falsch. Es ist auch nicht klar genug. Und auf der Ebene des Jenseits, das Gebot lautet, du sollst nicht stehlen, was dir nicht gehört. Versuch es gar nicht erst, du kannst es nicht. Du kannst dir einen gleichwertigen Gegenstand beschaffen, aber niemals denselben. Er wird nicht bei dir bleiben, sondern zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurückkehren. Auf der Erde erschienen diese Gebote wie Verbote. Auf der nächsten Ebene werden sie euch als Bedingungen, Gesetze und Prinzipien offenbart, die nicht gebrochen werden können. Niemand kann dich töten oder bestehlen. Du darfst nichts und niemanden töten. Du darfst dir nicht aneignen, was anderen gehört. Und niemand darf sich aneignen, was dir gehört. Aber das ist nicht das einzige Glück. Schauen Sie genau hin. Wenn ihr auf der Erde weder töten noch stehlen könnt, seid ihr bereit, die Bedingungen der anderen Ebene zu lernen, die Bewusstsein genannt wird. Das heißt, wenn ihr die erste Lektion gelernt habt, könnt ihr die zweite Lektion lernen, richtig? Das ist wahr. Aber das große Glück ist, dass man, wenn man die zweite Lektion lernt, nicht tot sein muss. Man muss nicht auf der anderen Ebene sein. Nein, ihr seid quicklebendig, hier auf der Erde. Sie wenden die zweite Lektion an und stellen erstaunt fest, dass dieses Gesetz für sie hier auf der Erde genauso funktioniert wie im Himmel. Das heißt, wenn sie wissen, dass die Wahrheit ist, dass niemand töten und niemand stehlen kann, dann wird sie auch niemand töten und niemand kann sie bestehlen. Niemand kann ihnen ihr Auto wegnehmen, selbst wenn sie den Schalter stecken lassen. Niemand kann dir dein Portemonnaie vom Arm reißen oder nachts in dein Haus einbrechen oder dich übervorteilen. Nichts, nichts, was nicht ehrlich ist, kann ihnen passieren. Was ihnen gehört, gehört ihnen und niemandem anderen. Warum das so ist, werden wir in den folgenden Abschnitten erklären. Warum können sie nicht töten? Weil das Leben genau das ist, nämlich Leben. Es ist nicht der Tod. Das Leben kann nicht sterben, denn das wäre ein Widerspruch in sich. Das Leben ist ewig Leben und kann niemals der Tod sein. Du sagst also, was auch immer mit mir geschieht, ich sterbe nie, denn ich bin lebendig. Eben, du bist in der Ewigkeit und niemand kann dir dein Leben wegnehmen. Dein Leben ist Gott, der dir das Leben Gottes nimmt. Deshalb kannst du auch niemanden umbringen und er lebt weiter, lebendiger denn je auf der anderen Ebene, genau wie du. Aber jetzt weißt du, dass das, was du auf der Erde tust, auch zu dir zurückkommt. Warum? Wegen des Gesetzes der Korrespondenz. Denn alles, was auf einer Ebene geschieht, hat seine Entsprechung auf den anderen Ebenen. In allen anderen Ebenen. Dieses Gesetz besagt, was du nicht willst, dass man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Sie kennen den Grund dafür. Wenn sie noch nicht gelernt haben, dieses Gesetz zu befolgen, fangen sie an zu beobachten, wie alles, was sie anderen antun, im Guten wie im Bösen, an sie zurückgegeben wird. Warum können sie nicht stehlen? Wie funktioniert dieses Gesetz? Wenn sie sich noch nicht entschlossen haben, das Gesetz der Reinkarnation zu akzeptieren, dann wissen sie, dass sie in eine Sackgasse geraten sind. Einer unserer metaphysischen Leitsprüche lautet, was immer sie nicht akzeptieren können, lassen sie es vorübergehen, aber lesen sie weiter. Wenn ihnen die Idee nicht gefällt, reinkarnieren sie nicht, aber sie werden auch nicht weiterkommen. Du wirst stagnieren, aus demselben Grund, aus dem jemand, der nicht akzeptieren will, dass die Sonne morgen aufgeht, jeden Morgen in einen Schrank gehen muss und dort für alle Sonnenstunden des Tages eingesperrt bleibt. Das Gesetz der Evolution ist ein ewiges Ausprobieren und Überwinden, wie wir bereits oben bei dem Kind gesehen haben, das Laufen lernt und das keine Angst haben muss, weil es nur lernt, sich gehen zu lassen. Ihr wisst, dass sich alles von einer Sache zu anderen verändert, wie das Kind, das zum Kind wird, wie das Kind, das ein kleiner Truthahn wird, wie der kleine Truthahn, der ein Erwachsener wird, dann ein alter Mann und dann die alte Hülle hier verlässt und sich im Jenseits eine neue sucht. Wenn ein Wesen stirbt, findet es sich inmitten einer neuen Umgebung, im Jenseits wieder. Aber es hat nichts von Wert verloren, wie das Hören, das Sehen, das Fühlen, den Willen, den freien Willen, die Fähigkeit, sich zu bewegen, mit anderen zu kommunizieren, seine Identität, sein Ich. Im Gegenteil, da es eine Dimension mehr gibt, sieht man mehr, hört man mehr, fühlt man mehr, versteht man mehr, begreift man mehr, umarmt man mehr und so weiter. Mit anderen Worten, nichts von dem, was man erworben hat, kann verloren gehen. Es wird nur an die neuen Bedingungen der Ebene angepasst. Das heißt, auf jeder Ebene erwirbt man neue, größere Fähigkeiten und Kenntnisse. In jedem inkarnierten Leben sammelt man neue Erfahrungen und lernt, neue Gegenstände und Instrumente zu benutzen, die zwar hier auf der Erde materiell sind, aber auf den anderen, unsichtbaren Ebenen ihre Entsprechung haben. Denn was für ein Vorteil wäre es, in der Welt ein fertiger Musiker zu werden, ohne dies auf der nächsten Ebene nach außen tragen zu können. Und schon ist man bei der großen Erklärung angelangt. Was du erwirbst, weißt du, die Instrumente, die du benutzen musstest, lernen zu benutzen, wie Besteck, ein Bett, ein Streichholz und so weiter. Auf jeder Ebene haben sie ihre Entsprechung, vergiss das nicht. Und diese, die ihnen bereits gehören, aus Gewissensgründen, wie wir in der Metaphysik sagen, erscheinen automatisch in ihrem Leben oder ihren Leben, eines nach dem anderen, weil sie nicht in eine Familie hineingeboren werden können, die nicht die Mittel hat, ihnen das zu geben, was ihnen aus Gewissensgründen gehört. Es kommt oft vor, dass ein Kind in einer Familie zur Welt kommt, der es an dem fehlt, was ihr rechtmäßig zusteht. Und es stellt sich heraus, dass die Familie es bald wie zufällig erwirbt. Deshalb kann man nicht stehlen, was einem gehört, und man kann auch nicht nehmen, was man nicht in einem früheren Leben verdient oder überwunden hat. Deshalb ist es ein großes Glück, dass das Gesetz, wenn man dieses Gesetz und diese Bedingungen kennt, auf dieser irdischen Ebene und auf allen Ebenen wirkt. Deshalb können sie sicher sein, dass ihnen niemand etwas wegnehmen kann, nicht einmal ihr Ehemann oder ihre Ehefrau, solange sie es nicht jemand anderem angetan haben, und warum also Angst haben. Und wenn du es bereits in diesem Leben gelernt hast, dann hast du es aus Gewissensgründen. Der Weg zu einem glücklichen Leben besteht also darin, die Metaphysik der zehn Gebote zu lernen. Mit diesem kleinen Geschenk, das wir ihnen anbieten, haben sie den ersten Schritt zum Glück getan. Ich werde nicht müde, ihnen zu empfehlen, dieses kleine Buch immer wieder zu lesen. Werfen sie es nicht in die Schublade, sondern behalten sie es in ihrer Tasche oder in ihrem Portemonnaie. Lesen sie es, wenn sie können, jeden Tag erneut. Versuchen sie es zu praktizieren, erinnern sie sich an die Anweisungen, und wenn sie das Gefühl haben, dass es an der Zeit ist, mehr Anweisungen zu erhalten, besuchen sie unsere Vorträge und besorgen sie sich die folgenden Bücher. Es wird sie nichts kosten. Ihr werdet nur für die Bücher bezahlen, die ihr erwerben wollt, da sie verkauft werden müssen, um vervielfältig zu werden. Nehmt all unsere Liebe entgegen. Möge das Licht deiner geliebten Gegenwart des Ich bin dich einhüllen, dich erfüllen, dich erleuchten, dich führen und dich begleiten. Die Demonstrates Die Demonstration